Willkommen! Heute haben wir eine ganz besondere Trainingseinheit. Kommt mit! Genug geredet. Ich spiele ein bisschen Fußball. Langeball! Langeball! 10 Fours! 1 Fours! 4-2! Nein! Keine Probleme. Kann man nicht alleine machen, oder? Die Jungs machen wirklich super. Guck mal, die beste Spieler auf dem Platz. Ja, wir können gewohnen! Ja! Unsere Sprache macht und die Kinder glaube ich auch. Ja! Ja!